Dann können wir jetzt sagen... So... ...H-Imbus... Dann können wir zum Beispiel unsere eigene Markup-Extension starten, und zwar halt das keiner von ab. Genau, das ist klasse. Und dann wird es ein... Date of Birth-Extension, ob immer... Ah, der Birth reicht schon. So, sag mir... Implementieren hier. Dankeschön. So... Ähm... Wir könnten jetzt sagen... Ähm... ...dobeloh, wir haben einen Parameter. Diese Markup-Extensions sind... ...komplette Klassen. Sie können also auch wieder selbst einanderthalten. Ingenieur. Und wir könnten dann sagen... Der Date of Birth würde mir sagen... ...dass der Rückgabewert... ...dein Geburtsdatum... ...is... ...data now... ...minus... ...timespan... ...vom... ...position... ...vom... 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 ...h... 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 ...und die kann ich jetzt auch benutzen. Man könnte sagen... ...dein Date of Birth ist jetzt nicht das hier... ...sondern... ...fehlermeise. Gibt's mir... ...äh... ...Engine... ...ne... ...ne... ...Engine is... ...it is... ...war wie immer... ...Danns ...und die... ...und... 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 Dann muss er ja jetzt rechnen, ne? Ja. Na, da kommt dieser auch schon zurück. Stimmt ja nicht. Wir haben die Möglichkeit mit XML Eigenschaften zu setzen und Backbone zu bauen. Wir haben die Möglichkeit Code einzubinden. Und wir haben auch die Möglichkeit mit besonderen Datenstufelungen umzugehen. Wir könnten also sagen, Tobias hat natürlich auch noch Titel. Also zum Beispiel... Oh, das ist hoffentlich eine... Was auch immer das ist. Ich sag mal, das ist eine Arraylist. Der hat entschieden jetzt ein. Und... Arraylist könnte er nicht? Super. Titels. Genau. Und dann müssen wir natürlich auch erst mal sagen, dass... Für jeden Titel entitled. Ja, stimmt schon. Ähm... Es war irgendwie... Sie fern, die Sachen... Ich habe eine Strecke und Joina. Das hôn, ich habe eine Strecke und Joina. Sie macht in... Sie ist ein. Sie macht in... Sie macht in... Ich habe etwas hier. Wow! Super! Jetzt hat er kurz schon wieder aufgesaugt. Aber es ist schön. Ja, es ist schön. So, wir machen jetzt neue Money. Wir kennen hier noch mehr Zeichen. Und dann ist es nämlich hier. Der String-Dollar, der Concatenation, edit in, two strings, that is a word. So, das heißt, dass die Titelbälle jetzt vorne angestellt. Was macht ihr dafür? Wie schaut man es damit? So! Oh! Und das ist... Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Das war so klein. So. Schöne sieben wieder. Äh, das ist nur 157. So. Dann könnte ich jetzt meinen... und dann würde ich sagen, jetzt muss ich leider konkrete Typen mal geben. Das ist ja nicht mehr so clever. Ja. System String. Weil der String-Wilder sich dann zerschluckt. Ne, die Collection zerschluckt. Und das ist dann Professor... Nein! Das ist dann... Ich würde so nicht schaffen, aber komm mal nennen. Ah! Ah! Wie ist das? Ich habe jetzt die beiden Titel gegeben. Und, ähm... Und, ähm... Xander ist so clever, dass er merkt, ein Teil ist das vom Typ Errorist. Ähm... Und deshalb, ähm... Generiert er, wenn die Mädchen und die Kinder darunter sind, sofort eine Errorist, und tut jetzt die Kinder da rein. Das ist das ganze Ding. Das ist wahrscheinlich der Fund in der Applikation für Sie raus. Muss das unbedingt eine Errorist sein? Nein, das kann ähm... Titelsus null? Ja, vor allem muss ich erstmal existieren. Ähm... Nein, es muss keine Errorist sein. Es kann, äh... jede mögliche Collection sein. Es muss ein konkreter Typ sein. Also muss ein Interface... Dieses I-Collection-Interface nicht schützen. Genau, wenn du... Genau, aber wenn du jetzt das als Interface angibst, musst du in SAML auch konkret den, äh... Collection-Typ angeben. Da musst du da oben noch einen machen. Aber was natürlich fähig ist... Ich nehm dir jetzt keinen. Ja, da fährt es sich noch. mal rein. Trılver das. Entschuldigung. Ich freu mich nicht mal. Es gibt委inken... Entscholsort an einem bestimmten S Assembly... Marcel für Scheuer. Rel Aaaah. Untertitelung des ZDF für funk, 2017